Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist so, als wenn Sie das hier drunter schlucken, Herr Bürgermeister, Vergiftung? Sollte das Gericht das nicht mal gründlich untersuchen? Sobald der Aushilfsprotokollant eintrifft, schicken Sie ihn da rein. Ich bin Ihr neuer Protokollant. Sollte ein Fräulein wie Sie nicht lieber irgendwelche Handarbeiten verrichten? Es scheint, dass die Mäusebotter nicht nur ihr Geschäft belebt, sondern auch neins. Wer hat Zugang zum Vorratsschrank? Unsere Märkte natürlich. Und Frau Gottfried. Hier sind Sie in Sicherheit. Das labile Gemüt des Leibes bedarf einer starken Führung durch den Mann. Das labile Gemüt des Leibes bedarf einer starken Führung durch den Mann. Vielen Dank.